Und heute, da sprechen wir mit einigen Menschen, die ihr sonst ja eher hinter den Kulissen antrefft. Weil die Leute sehen zwar, wenn in die Halle kommen, was da alles steht, aber die wissen eben nicht, was Backstage auch noch alles zu tun war vor den Veranstaltungen. Das ist nämlich auch gar nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Wir sind eingefallen, wir haben es übernommen, wir haben es dem Office abgenommen und die waren eigentlich ganz dankbar dafür. Wochentlange Arbeit reingesteckt und so weiter und in dem Moment zahlt es sich auch, weil die Zuschauer sind da, die Technik und so weiter, alles läuft einfach alles. Und das sind halt Momente, wo man sich zurücklehnen kann und genießen kann. Was sind deine liebsten Teile dieses Jobs und was sind die weniger liebsamen Teile des Jobs? Also vollkommen. Wir haben es durch die Technik und so weiter und in den Druck das Blöder abgenommen. Oder wir haben es mit einlöser Ger دjungen zu überprüfen. Und jetzt sind das Haarbe und so weiter und diabetes, Und das ist nicht so eine, andere Umtheimhalle. Vielen Dank.